Hallihallo Löhle, hier zurück zum World of Warcraft. Für euch ist es, glaube ich, der 2. Januar. Für mich immer noch, Silvester. Aber macht er, ist ja kein Problem, macht er nichts aus, ist ja kein Ding. Wir können auch reiten. Warum reiten wir nicht? Fliegen können wir erst in 7 Level. Dann können wir fliegen, wenn wir das natürlich ja Kleingeld für haben. Ist alles hier Kupfer und sowas, ne? Ja, Kupfer, ne, 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 brauche ich nicht mehr. Ich brauche jetzt einen Betrill. Für Ingenieurskunst. Will ich wahrscheinlich einen Nordend finden. Will es wahrscheinlich. Sind da nur noch 7 Level. Ja, knappe 6. Etwas über 6 Level. Dann geht es ab nach Nordend. Mag ich lieber als die Scherbenwelt. Mag ich nicht so. Ist nicht meins. Ihr könnt mir ja schreiben, was ihr lieber mögt. Die Scherbenwelt oder Nordend? Früher war ja, musste man erst in die Scherbenwelt. 60 bis 70. Und dann nach Nordend. Aber haben wir das jetzt auch aufgelöst. Kann man ja wählen, wo man hingehen möchte. Okay. Na, guten Tag. Guten Tag. Hint fort, hin fort. War noch kein Wasser da. Man kann mich noch dran erinnern. Muss man immer so rauf und runter mit dem Fahrstuhl immer fahren. Mein Handy hat gerade geklingelt. Wieder SMS, äh, Whatsapp. Aber mach ich gleich. Nach der Folge. Ist so nix wichtiges. Ist wahrscheinlich wieder nur noch ein guter Rutsch. Sonst meine ja. Höchstwahrscheinlich. Kann warten. Ist ja erst in zwölf Stunden, 14 Minuten. Jetzt wisst ihr, wenn ihr auch das Video aufnehmen. Jetzt ein bisschen mehr konzentrieren hier. Kontinu. Im neuen Jahr werde ich auch ein neues Projekt starten. Und ich wieder drei habe. Jetzt will ich aber noch nicht viel sagen. Muss ich dann gucken, ob der Ausdruck funktioniert. Ich kann mir vorstellen. Sollte funktionieren. Wäre schön. Ist auch ein richtig geiles Spiel. Wie ich finde. Ich habe auch viel gespielt. Sehr viel schon. Und ist natürlich nicht blind. Nein. Ich kenne ja so ziemlich alles. Ziemlich alles. Genau das müssen wir haben. Da kann man schon fliegen aus. Oh. Okay. Das habe ich nicht mehr gewusst. Ich würde sterben. Das war keine gute Idee. Drei, vier Gegner. Was soll ich dagegen machen? Mann, 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 Mann. Okay, aber eine dumme Idee. Egal. Aus Fehlern lernt man. Sollte man lernen. Ja. Man sollte nicht die dummen Fehler noch ein zweites Mal begehen. Weil wir auch schon dumm halten. Ach ja. Mal fass's Level ab. Fast 54. Nicht schlecht. Ja, das Let's Play hier mit der Schurki wird noch ein bisschen dauern. Mit noch ein bisschen gehen. Kein Thema. Ich kann schon mal so viel sagen. Die Schurki ist nicht die einzigste, die ich hochspielen werde. Ich werde danach auf alle Fälle, wenn der Max Label ist, noch ein Let's Play machen. Von B.O.B. Ich weiß nicht genau, welches Schabe. Ich arreste. Und ihr mir auch das Schreibmeister sehen wollt. Oder haben wollt. Welche Rasse, welche Klasse. Mir ist das was von egal. Das ist mir Latte. So, komm her du. Ich würde mich über jeden Kommentar freuen. Ja, ich bin ja nicht so gut. Mein Kanal ist ja nicht so groß, nicht so bekannt. Ja, aber... Man wächst. Man wächst. Jeder fing mal klein an. Auch Pete's Meat fing auch mal ganz klein an. Ich kenne ihn auch noch keiner. Heute kenne ich ihn jeder. Praktisch jeder. Ach, aber noch ein Boss. Mein Gott. Mein Gott. Ich muss mir wieder alles geben hier. Level up. Jetzt haben wir fertig. Sehr schön. Alle zur rechten Zeit. Wir lesen wir gleich durch. Erstmal jetzt hier den noch fertig machen. Tschüss. So, Handschuhe. Sehen die besser? Können wir gebrauchen? Sind wir glücklich? Nein, dann sind wir nicht glücklich. Was haben wir da? Wundgift. Zitro-Waffen ein. Natürlich ein Gifte-Senf. Eine Stunde lang? Ja. Okay. Was ist der Unterschied zwischen dem? Ach so, macht er Naturschaden? Da kann er sich nicht heilen. Acht Naturschaden. Für so zwölf Sekunden lang. Sämtliche alten Leidung verringert. Oh. Hm. Nee. Welch von meinem alten. Hier. Tötliches Gift. Das ist ein Futschikato. Ist es da? Ist es weg? Arbeit abgeschlossen. Ja, ein bisschen spät. Was ich da habe nur gedacht, dachte ich zu haben. Arbeit abgeschlossen. Ich verstehe es nicht. Das ist mir eine Ehre. Ja, mir auch. Ähm. B-b-b-b-b. Sehr gut. Da hin. Okay, gehen wir da hin. Gehen wir da hin. Gehen wir da hin. Gehen wir da hin. Weiter geht's. Gehen wir da hin. Ja, mein Kanal gibt's jetzt ungefähr seit vier Monaten. Und muss ich sagen, hat sich prächtig entwickelt. Ich hab nicht gedacht, dass es so gut ankommt scheinbar bei euch. Die Projekte. Das wundert mich ein bisschen. Aber ich bin natürlich froh, ist klar. Ich freu mich. Ich hab jetzt schon über 715, äh, Kanalaufrufe. In den knapp vier Monaten. Für meine Videos. Ich hab jetzt ungefähr. Lass mich nicht lügen. Äh, b-b-b-b-b-b. Ich würde sagen. Äh, 160, 180 Videos gemacht ungefähr. Ich find's gut. So kann's bleiben. Dafür schon mal ein riesiges Dankeschön an alle, die meine Videos gesehen haben. Und auch die, die, die geliked haben. Kommentare geschrieben haben. Ich find's gut. Ich find's schön. So kann es bleiben. Und ich mach mal schauen, was das, was das nächste Jahr so bringt. Dann fange ich ja, wie gesagt, das letzte Projekt an, wenn es klappt. Soll ich das klappen? Aber mal sehen, was das Jahr so bringt. Es gibt jetzt auch einen neuen Medienstaatsvertrag, wo alles geregelt ist. Wer was senden darf, bzw. wann, wieviel Werbung gezeigt werden darf und so weiter und so fort. Und da wurde auch festgelegt, dass wenn jemand streamt, sei es auf YouTube oder Twitch zum Beispiel, muss er keine Lizenz haben, wenn er unter 20.000 Zuschauer bleibt. Vorher waren es 500. Da kann man sehen, wie alt er schon war. Alles, was da rüber ist, muss man wohl eine Lizenz haben. Sendelizenz, wie genau er aussehen soll, wie toll er ist, keine Ahnung. Müssen aber erst noch alle Bundesländer im Landtag dafür stimmen. Sollte aber funktionieren. Ich mache sowieso nur Videos da. Ist, glaube ich, alles beim Alten geblieben. Außer das war jetzt, wenn wir in den USA, müssen wir bei jedem Video angeben, ob es explizit für Kinder ist oder nicht. Da gibt es wieder Grauzonen, wann es für Kinder explizit ist und wann nicht. Da habe ich sowieso nicht vorhaben, was explizit für Kinder zu machen. So, nichts für Kinder. Ich frage auch, wie weit geht das mit dem Kindesalter denn dann? Bis sechs, bis zehn, keine Ahnung. Was tritt jetzt, glaube ich, habe ich ab dem ersten ersten die Kraft. Wegen den USA. Wir haben da so ein Ururteil gefällt, der Hinsicht. Wir müssen es nämlich auch machen. Abgeschlossen. Tunika. Oh, ist wohl besser. Leder? Okay. Nehmen wir doch gerne. Ach, wie sehen wir aus? Ach, was schön. Da ist noch ein paar Stacheln, auch die Stacheln. Brauchen wir noch vier Stück von. Noch drei brauchen wir, ja noch drei, drei, drei. Nur noch zwei, zwei, zwei. Ich höre schon auf zu singen, keine Sorge. Ist das alle versteckt vom Stuhlfalt? Das wollen wir da nicht. Kriegt ihr noch einen Gehörsturz? Oder brächt ihr euch das Bein? Nein, das wollen wir nicht. So, abgeben. So sind wir Kupfer, ne? Na ja, Kupfer brauchen wir nicht. Wir brauchen Mitridel. Zack. Was geht euch durch den Kopf? Arbeit abgeschlossen. Wenn du das wüsstest. Groakresh. Ja, das hier in einer kleinen Höhle. Der Groakresh. Ach, Goakresh. Verzeihung. Goakresh. So heißt der. Zweiköpfige Hügelriese für Arme. Da gibt es eigentlich, also früher in den alten Rollenspielen gab es das ja. Hügelriese und sowas. Gibt es heute glaube ich gar nicht mehr, oder? Gibt es noch Hügelriesen? Weiß ich gar nicht so genau. Egal, ich mache hier eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von World of Warcraft. Bis dahin. Tschö mit Ö.